Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 2.40 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Ja, da war noch ordentlich Wucht drin. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Wunschau. Guten Abend zur Wunschau. 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 Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau.